. Konzerte der Superlative in ganz vielen deutschen Großstädten. Das sehen wir aktuell, egal ob Beyoncé oder Taylor Swift. Und diese Megastars tun damit nicht nur ihrem eigenen Konto etwas Gutes, sondern auch der Wirtschaft vor Ort. Hotels, Restaurants, alle profitieren auch davon. Und Ähnliches gilt natürlich auch für viele Festivals in Deutschland. Allerdings spricht man jetzt in der Branche auf der einen Seite von einem großen Festival-Sterben, das man beobachtet. Und auf der anderen Seite wachsen Begehrlichkeiten und Profitmöglichkeiten locken Finanzinvestoren in die deutsche Festivalbranche. Warum läuft es also bei den einen und bei den anderen so gar nicht? Das klären wir jetzt in Update Wirtschaft. Und damit hallo und herzlich willkommen. Und wir schauen uns heute auch Festivals als Umweltfaktor an. Denn Nachhaltigkeit wird auch in diesem Bereich natürlich immer wichtiger. Wie kann das aber gehen? Also können Festivals nachhaltig sein und trotzdem wirtschaftlich? Klären wir heute ebenfalls. Denn Festivals sind nach wie vor super beliebt in Deutschland. Wir schauen uns das einmal an, anhand der Besucherzahlen aus dem vergangenen Jahr. 90.000 Musikbegeisterte besuchten da das Rock am Ring, ist damit das besucherstärkste Festival in Deutschland. 85.000 Besucherinnen und Besucher waren beim Wacken Open Air, damit das zweitgrößte Festival in Deutschland. Da hatten es ja tatsächlich nicht alle hingeschafft. Wir erinnern uns, der Starkregen war schuld. Nichtsdestotrotz beliebt. Auch das Hurricane und Rock im Park mit 78.000 und 75.000 Besucherinnen und Besuchern im vergangenen Jahr. Das heißt, es ist ein gigantischer Markt, auf den ich jetzt mit meinem ersten Gast schaue. Und das ist Nikolas Ruth von der Hochschule für Musik und Theater in München. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben gerade die Besucherzahlen uns mal angeschaut. En Detail, das heißt Festivals, nach wie vor beliebt. Trotz manchmal Naturereignissen, die dann vielleicht ein paar Hürden den Fans in den Weg stellen, wie beim Wacken Open Air letztes Jahr. Welche Bedeutung hat die Festivalbranche für Deutschland in der wirtschaftlichen Hinsicht? Also, Sie haben es ja gerade einleitend schon gesagt, das ist ein großer Wirtschaftsfaktor, vor allem für die Orte, wo es ausgetragen wird. Eine Stadt wie Singapur hat sich ja zum Beispiel bei Taylor Swift dafür beworben, dass sie Austragungsort sein können. Das liegt zum einen daran, weil es natürlich sehr attraktiv ist. Es kommen nicht nur viele Menschen dann an diesen Ort, sondern die geben da auch Geld aus, eben für Übernachtungen, für Restaurants, für Bars und eben auch in Geschäften. Und es liefert natürlich neue Arbeitsplätze. Also man braucht verstärkt Menschen, die in der Security arbeiten, im Eventmanagement und natürlich auch für die ganze Logistik drumherum, Catering und so weiter. Das sind ganz, ganz viele kleine Aspekte, die zu einem großen Ganzen führen. Wenn wir uns allerdings die Ticketpreise anschauen, da gab es natürlich die großen Diskussionen. Taylor Swift, Beyoncé, also viele hundert Euro zum Teil für das Ticket, wenn man überhaupt mal eins bekommen hat. Beim Festival ist das eine ähnliche Entwicklung. Auch da sehen wir stark steigende Preise. Was macht das mit vielleicht auch den Fans, aber vielleicht natürlich auch den Künstlern? Das sind natürlich jetzt viele Interessensbereiche, die davon betroffen sind. Also ganz klar, die Festivals geben meistens die gesteigerten Kosten durch Inflation und Fachkräftemangel über die Tickets zurück. Und vor allem ist das natürlich bei kleineren und mittleren Festivals so. Und die haben natürlich ein größeres Problem, ihre Fangemeinschaft an sich zu binden. Die sind vielleicht noch nicht so eine starke Marke wie Rock am Ring oder Wacken. Aber die sind eine wichtige, wichtige Kraft in der Musikszene, weil vor allem die ganzen Nachwuchsbands, Musiker, Musikerinnen angewiesen sind auf diese kleinen Festivals, die häufig ehrenamtlich organisiert sind und mit Freiwilligen durchgeführt werden und eben jungen Artists eine Plattform bieten. Und wenn das wegfällt, ist das natürlich sehr schade. Ich meine, gerade Frankfurt, hier die Region, hat eine super starke Landschaft mit Traffic Jam, Trebo Open Air, Carbon Open Air. Und wenn das wegfällt, ist das natürlich schwierig. Und natürlich sehen wir das auch bei den großen, bei den großen Playern, weil da nicht nur diese gesteigerten Kosten zutreffen, sondern eben auch erhöhte Gagen, weil Musiker und Musikerinnen eben immer mehr auf die Live-Branche angewiesen sind. Aber das heißt, wenn wir nochmal auf die Ticketpreise schauen, wenn jetzt eben die Fans 300 Euro vielleicht ausgeben für eine Adele, für eine Taylor Swift, für eine Beyoncé, ist dann da überhaupt noch genug Geld übrig für alle anderen und die Kleinen? Berechtigte Frage. Und das ist natürlich schwierig für einzelne Personen, wenn man schon mal 300 Euro für ein Ticket ausgegeben hat, dann noch weitere 100 Euro für das nächste Konzert auszugeben. Und das sehen auch viele Veranstalter und Interessensverbände. Ich glaube, es hat aber doch auch einen positiven Faktor, weil diese ganzen Mega-Konzerte werfen natürlich ein Licht und erhöhen die Aufmerksamkeit für eben die Live-Musikbranche. Und wenn man dann eben auf so einem großen Konzert war, dann hat man vielleicht auch wieder ein Interesse, mehr auf Konzerte zu gehen, was ich sehr begrüßenswert finde. Und kleinere Artists, die haben es dann natürlich trotzdem schwer, mit solchen Mega-Events zu konkurrieren und müssen da vielleicht nochmal kreativ werden und das auch im kleineren Club umzusetzen. Aber das heißt, wenn ich Sie richtig gerade verstanden habe, könnte es schon auch zum Teil eine Entwicklung geben, dass man eben durch diese Mega-Events, die dann natürlich auch Wellen in der ganzen Gesellschaft irgendwie schlagen und man darüber sich hier unterhält und so weiter, dann eben so die Lust ganz grundsätzlich am Konzertbesuch wieder steigen kann. Und dann könnten vielleicht auch kleinere Künstler in der Folge profitieren? Wäre das so eine Entwicklung? Ich hoffe es doch sehr und ich glaube, wir sehen das auch. Also gerade durch Social Media kriegen wir ja sehr viel mehr Einblicke in diese Mega-Konzerts und Festivals hinter die Kulissen von Menschen, die wirklich vor Ort dort sind und berichten. Und ich glaube, sehr viel mehr Menschen sind auch auf Taylor Swift-Konzerte gegangen, die vorher vielleicht gar nicht so große Konzertgänge waren. Und die erleben dann, was das für ein tolles Event sein kann und denken sich, ach, ich könnte mal wieder mehr auf Kulturveranstaltungen gehen. Jetzt haben wir eine Entwicklung gerade in der Festivalbranche, wo es einige Festivals gibt, die dicht machen müssen. Ein Festival Sterben, davon spricht man zum Teil zumindest in der Branche. Dann haben wir aber auf der anderen Seite eben diese Mega-Festivals, die wir auch in der Grafik gesehen haben. Wacken, Open Air, aber auch Rock am Ring, Rock im Park. Wie kann das zusammengehen? Warum geht es einem so gut und den anderen so, so schlecht? Also Wacken ist natürlich ein ganz besonderes Beispiel, weil die eben eine starke Marke sind, eine treue Fangemeinschaft sind und eben auch sehr in dieser Musikszene, in der Metal-Szene etabliert sind. Die wissen genau, was die Fans wollen und gehen darauf ein. Die veranstalten dann besondere Erlebnisse, wie etwa das 20. Bühnenjubiläum der und der Band. Ich glaube, Anthrax hat jetzt irgendwie ihr 40-jähriges Jubiläum auf Wacken gefeiert. Und sowas ist eben für die Community wichtig. Übrigens, das Ticket für Wacken kostet jetzt 333 Euro im nächsten Jahr. Das ist ein stolzer Preis. Ich finde es aber ganz witzig, weil man hat dann schon die Hälfte von The Number of the Beast 666 bezahlt. Das freut natürlich die Pflichtern besonders. Da hat man das dann vielleicht auch dafür. Und ja, das Festival Sterben, wie gesagt, es sind eben gesteigerte Preise, die über die Tickets zurückgegeben werden müssen. Und wenn man sich vielleicht auch als kleineres, mittleres, neues Festival noch nicht etabliert hat und auch noch nicht diese treue Fangemeinde hat, dann ist es eben auch schwieriger. Jetzt sehen wir gerade bei Wacken eine Entwicklung, dass das auch Begehrlichkeiten in der ganzen Welt anlockt, nämlich auch von Finanzinvestoren. Das ist schon längst bekannt, dass der große US-Finanzinvestor KKR in die Festivalbranche einsteigt, eben speziell bei Wacken. Welche Bedeutung hat das? Also es ist natürlich ein spannendes Geschäftsmodell. Ich glaube, das hat mehrere Gründe. Also zum einen ist ein gesteigertes Interesse an Events da. Und ich glaube, dass, wenn man da auch den Analysten glaubt, steigt das immer noch weiter. Man hat eine sichere Einnahmequelle. Regelmäßig finden diese Veranstaltungen statt und quasi jährlich wird da neues Geld reingespült. Und zum anderen bietet es eben auch die Chance, dass man damit vielleicht auch mehr macht. Also ich könnte mir vorstellen, Festival XY präsentiert von den Machern von Wacken. Wenn man so eine starke Marke hat, dann ist das natürlich super und kann da vielleicht sogar expandieren. Deswegen ist es auch attraktiv und vielleicht erleben wir dadurch auch, dass da noch mehr passiert. Und für Investoren ist es, glaube ich, auch noch interessant, weil es eben sehr viele Einnahmequellen bietet, dieses Live-Musikgeschäft. Weil es ja nicht nur sich auf die Ticketpreise beschränkt, sondern eben auch Merchandising, Sponsoring, exklusive Partnerschaften ermöglicht. Ja, und am Ende ist das natürlich ein Millionen Mark. Da lässt sich auch einfach viel Geld mit verdienen, ne? Ja, ich hoffe, dass es das auch bleibt und dass mehr Menschen weiter auf Festivals gehen und im Zweifelsfall dann doch in den sauren Apfel beißen und Geld für Tickets ausgeben. Und wer weiß, vielleicht entwickelt sich das auch mal wieder anders. Und da haben wir immer wieder die aufkeimende Diskussion, gerade unter Fans, Stichwort Kommerzialisierung. Gerade bei Wacken ist das einfach sehr extrem, die Entwicklung, wenn man sich mal anschaut, woher dieses Festival kommt, wie es angefangen hat, über die Jahre, wahnsinnig beliebt und jetzt steigen eben die großen Investoren ein. Also inwiefern ist das denn, ja, vielleicht auch aus Ihrer Perspektive berechtigt, da zu fragen, wann ist Schluss mit unseren Festivals? Aus einer Fanperspektive heraus natürlich, ne? Also man hat das ja auch in der Kommunikation erlebt, dass Wacken sehr viel Wert darauf gelegt hat, zu sagen, ja, da ist jetzt ein neuer Investor, aber es ist das alte Team, es ist das erfahrene Team, die Menschen, die hier jetzt bald seit 40 Jahren, ist es jetzt glaube ich, die Festivalgeschichte machen. Und das ist halt natürlich das, was zählt und bei den Fans dann auch so kommuniziert werden muss. Also eine Nähe zu den Fans muss gesucht werden, die ganzen Fangemeinschaften müssen unterstützt werden, die Fanclubs. Und ich glaube, dann kann man vielleicht sogar darüber hinwegsehen, weil sie machen ja dann doch eben vieles richtig und haben dann vielleicht auch das nötige Kleingeld, um die großen Headliner zu holen, um eben diese wichtigen Erlebnisse weiterhin zu schaffen. Vielleicht noch zum Schluss unseres Gesprächs ein Blick auf eine weitere Entwicklung in der gesamten Event- und Konzertbranche. Und zwar sehen wir, dass große Veranstalter und Ticketverkäufer dahingehend, dass eben sie alles aus einer Hand machen wollen. Das heißt, sie vertreiben nicht nur mehr die Tickets, sind nicht nur Veranstalter, sondern sie bauen auch eigene Konzerthallen, eigene Event-Gelände. Was bedeutet das vielleicht mit Blick auf die Zukunft für die gesamte Branche? Das zeigt eben, dass so große Player wie Eventim und Live Nation eben an der ganzen Wertschöpfungskette partizipieren wollen. Die wollen das alles kontrollieren im Idealfall. Das hat natürlich für die ja ganz positive Effekte und deswegen wollen die das. Die haben natürlich eine gewisse Kostenkontrolle dann, eine Qualitätssicherung können die vornehmen. Und diese ganze vertikale Integration ist natürlich für die super. Aber für Künstler und Künstlerinnen bietet das oder befürchte ich, dass da eben eine größere Abhängigkeit entsteht, weil eben viele Artists und auch Veranstalter nicht die Möglichkeit haben, in diese großen, selbstgebauten Konzerthallen reinzukommen. Sagt Nikolaus Ruth. Schönen Dank für dieses Gespräch heute früh über die Festivalbranche. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ja, also große Konzerte, Festivals, die bringen natürlich viel Geld ein. Eben nicht nur für die Veranstalter. Viele Hotels profitieren, Übernachtungsgäste kommen natürlich in die Stadt. Gleiches gilt für Restaurants und Gaststätten. Solche Großveranstaltungen haben allerdings auch einen Preis mit Blick auf die Umwelt. Und das schauen wir uns mal in Bildern tatsächlich an. So sieht es nämlich häufig aus nach Sommerfestivals. Zerrissene Zelte, Müllberge überall, Stühle, Grills, Dosen und eine Menge Plastik. Zum Teil sehen die Festivalgelände richtig verwüstet aus. Und das, was wir hier gerade gesehen haben, das ist tatsächlich nur der offensichtliche Teil des ganzen Problems. Denn tausende Menschen müssen natürlich anreisen, häufig mit dem Auto. Strom wird zum Teil aus Dieselgeneratoren produziert. Das heißt, es gibt schon ein großes Problem in puncto Nachhaltigkeit. Aber es wird auch an vielen Stellen in Deutschland versucht, daran zu arbeiten, das Ganze klimafreundlicher zu machen. Es gab einen Vorstoß in Hamburg. Da wurde ein Open-Air-Festival veranstaltet, das eben nachhaltig sein soll. Allerdings ist da die große Frage, wie kann das am Ende finanziert werden? Weil gerade im Fall aus Hamburg hatte sich die Hamburger Umweltbehörde daran beteiligt und das Ganze gesponsert. Dementsprechend stellen wir jetzt hier die Frage, wie kann das zusammengehen? Festival, nachhaltig und wirtschaftlich? Und das bespreche ich mit Sarah Lüngen von der Agentur The Change in Sea. Schönen guten Morgen, hallo. Guten Morgen. Sie beschäftigen sich schwerpunktmäßig mit der Frage, wie kann die Konzert, die Musikbranche nachhaltiger werden und am Ende natürlich auch immer noch Geld damit verdienen. Worauf kommt es da aus Ihrer Sicht speziell darauf an, wenn wir sagen, ein Festival, ja, gerne nachhaltig, aber das Ganze muss natürlich auch wirtschaftlich bleiben? Also generell vielleicht erstmal einleitend, gerade wurde ja sehr viel über Investoren gesprochen, also um ökonomisch nachhaltig zu agieren, muss man das eben auch im Blick behalten. Also Deutschland wird per Gesetz klimaneutral bis 2045, also wir haben noch gut 20 Jahre und auch für Investoren ist das Thema immer wichtiger. Also es stellt sich eigentlich gar nicht die Frage, ob, sondern wirklich, wie schaffen wir das, weil es zukunftsfähig bleiben als Unternehmen und genau, das vielleicht so als Basis zu dem Thema und einfach ein Effizienzgedanke, ja, also das heißt, wie werde ich effizienter? Dadurch kann man Geld sparen und ja, an mancher Stelle ist es eine Investition, aber hier sehe ich auch tatsächlich den Punkt, wir sind gerade in der Transformation der Wirtschaft und an mancher Stelle muss da eben der Staat vielleicht noch mit unterstützen, aber generell, ja, ist das definitiv etwas, dem man sich annehmen muss. Ich merke gerade, die Internetverbindung ist nicht die stabilste, wir haben ein paar Verzögerungen, Entschuldigung an dieser Stelle dafür, wir probieren es aber trotzdem gleich nochmal weiter, vielleicht stabilisiert sich die ganze Sache noch im Laufe unseres Gespräches. Kurz zur Frage, wir haben über Ticketpreise gerade gesprochen, wenn mehr Nachhaltigkeit auf den Festivals stattfinden soll, auf den Konzerten, bedeutet das automatisch, dass die Tickets noch teurer werden? Muss es nicht zwangsweise, also tatsächlich ist es so, dass bereits einige Festivals Kompensationsgelder zahlen, also das heißt, man lässt sich seinen CO2-Fußabdruck ausrechnen und kompensiert dann beispielsweise durch Bäume und das ist eine Sache. Das Geld könnte man tatsächlich sinnvoller nutzen, indem man einfach guckt, okay, was können wir bei uns vor Ort umsetzen und in eigene Maßnahmen investieren oder auch, dass man sagt, vielleicht macht man den grünen Euro, also dass man, weiß ich nicht, 50 Cent, 1 Euro pro Ticket nimmt und dieses Geld für interne Zwecke verwendet. Also wenn auch gerade man sieht, Rock im Ring hat 90.000 Besuchende, wenn man da 50 Cent pro Ticket nimmt, was jetzt für den Käufer, die Käuferin nicht so ein Riesenunterschied ist, kann das super genutzt werden, um tatsächlich auch Maßnahmen umzusetzen, weil ganz klar ist, wenn Nachhaltigkeit im Budget nicht eingeplant wird, dann ist dafür auch kein Geld da und das ist das Einmaleins der Budgetierung und da fängt es eben an, dass man, ja, das einfach schon im Budget mitdenkt, das Thema. Frau Lüngen, es tut mir unfassbar leid, aber tatsächlich ist die Internetverbindung hier gerade etwas schlecht und wir hören Sie leider nur sehr abgehackt, das ist total schade. Ich hätte sehr, sehr gerne mit Ihnen noch viel intensiver auf das Thema Nachhaltigkeit in der Festival- und Konzertbranche geschaut und das werden wir auch tun. Wir werden das versuchen nachzuholen, damit auch Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, natürlich hier noch einen umfassenden Einblick bekommen.